Heute ist der 20.8. Heute ist Wukong Release Day und ich habe gerade auch schon ein bisschen über die Steam-Reviews geschaut, bevor ich live gegangen bin und das Spiel geht ja ganz schön ab. Ich tendiere eigentlich auch ein bisschen dazu, es zu zocken. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Scheint mega gut zu sein. Ich glaube, ich hol's mir mal. Ich sage ganz kurz der chinesischen Regierung Ja und dann gucken wir da später mal rein. Vorgang wird bearbeitet. Ich kann das Spiel nicht mal kaufen. Mein Social Credit Score auf Steam ist zu niedrig. Wir kümmern uns da gleich drum, wenn ich die Nachrichten vorgelesen habe, denn ich habe eine erste Nachricht heute aus dem Deutschlandfonds. Was Sarah Wagenknecht zum Krieg in der Ukraine sagt. Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ist eines der Hauptthemen des Bündnisses Sarah Wagenknechts. Parteichefin Sarah Wagenknechts ist unter anderem gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir haben einige ihrer Thesen auf den Prüfstand gestellt. Mit ihrer Kritik an der Ukraine-Politik der Bundesregierung macht Sarah Wagenknecht Politik. Sie setzt auf das Thema Aufrüstung der Ukraine im Wahlkampf schon bei der Europawahl ein und nun auch bei den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wagenknecht ist gegen eine militärische Unterstützung der Ukraine, ebenso gegen eine Stationierung weitreichender US-Waffen in Deutschland. Damit mache sich die Bundesrepublik zur Zielscheibe Russlands, sagt sie in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. So und jetzt sind hier unterschiedliche Aussagen aus dem Gespräch und sie werden fakten-sicher eingeordnet. Ich gehe das jetzt einzeln durch. Der politische Kurs der Bundesregierung erhöht die Kriegsgefahr. Sarah Wagenknecht sagt, Zitat, Unsere Wähler erwarten, dass wir unser Gewicht auch dafür einsetzen, dass nicht weiter ein Kurs verfolgt wird, der die Kriegsgefahr in Deutschland erhöht. Hier ist die Bewertung aus dem Faktencheck. Russland unter Wladimir Putin hat heiße Kriege immer nur dann begonnen, wenn der angegriffene Staat deutlich schwächer und leicht zu besiegen schien. Ein Beispiel dafür sind die Kriege gegen Georgien 2008 und die Ukraine ab 2014. Ein Angriff auf Deutschland würde aber den NATO-Bündnisfall auslösen. Deswegen ist ein Angriff höchst unwahrscheinlich. Russland geht allerdings bereits mit hybriden Angriffen gegen Deutschland vor. Dazu gehören Cyberangriffe, Auftragsmorde und gezielte Desinformationskampagne. Kriegsgefahr, kurze Einordnung, Faktencheck. Sehr gut. Zweite Aussage. US-Waffen machen Deutschland zur Ziellinie für Russland. Die USA wollen ab 2026 in Deutschland wieder Waffensysteme stationieren, die weit bis nach Russland reichen. Dazu sagt Sarah Wagenknecht folgendes, Zitat, Mit solchen Angriffswaffen wird man wiederum zur Ziellinie für russische Angriffsraketen, weil sie genau diese Angriffswaffen im Zweifel, wenn sie einen Angriff befürchten, ausschalten würden. Wir werden damit zur Zieljene, noch mehr von russischen Atomraketen auch und das ist eine hochgefährliche Entwicklung, Zitat Ende. Faktencheck hier. Waffen, die in Deutschland stationiert sind, sind grundsätzlich für den Verteidigungsfall gedacht, da eine deutsche Regierung wohl niemals einen Krieg beginnen würde. Das weiß auch Russland und dem Deutschland nicht als Gefahr war. Auch ein Angriff vom NATO-Gebiet sieht der Kreml entgegen Putins Behauptungen nicht wirklich als Gefahr. So hat Russland seine Verteidigungsfähigkeit an der Grenze zum NATO-Mitgliedsstand Finnland zuletzt massiv zurückgefahren, um mehr Ressourcen für den Krieg in der Ukraine zu haben. Russland hat im Kaliningrader Gebiet und in Belarus Raketen vom Typ Iskander stationiert, mit denen es Berlin wohl auch weitere deutsche Großstädte ins Visier nehmen kann. Klammern, die genaue Reichweite dieser Raketen ist umstritten. Sie können mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Frau Wagenknecht unterschlägt allerdings, dass dadurch noch stärker die Länder zwischen Russland und Deutschland gefährdet sind, darunter Polen und die baltischen Staaten. Putin bedroht sie mit einem Verweis auf die Geschichte und die Erinnerung an die teilweise Zugehörigkeit zum russischen Reich. Die Stationierung von US-amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern soll ein Gegengewicht zu den russischen Raketen schaffen. Führende Militärexperten sagen, dass es dieses bisher nicht gibt. Nächster Punkt. Sarah Wagenknecht sagt, Zitat, Hier der Faktencheck. Europa hat hier, wie in der Debatte immer wieder bemerkt, eine Lücke. Diese soll nur vorübergehend mit der Stationierung von US-Raketen gefüllt werden. Gleichzeitig arbeiten mehrere europäischen Länder daran, eigene derartige Mittelstreckenraketen zu entwickeln. Am Rande des Washingtoner Natum-Gipsels haben Deutschland, Frankreich, Italien und Polen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Großbritannien hat durch seine geografische Lage als Insel die Möglichkeit, allein auf seegestützte Raketen zu setzen. Nicht vergessen sollte man, dass Frankreich und Großbritannien durch den Besitz von Atomwaffen grundsätzlich ein viel höheres Abschreckungspotenzial haben und so besser gegen einen Angriff geschützt sind. Eine weitere Aussage von Sarah Wagenknecht, die jetzt gefaktencheckt wird. Sarah Wagenknecht sagt, die Ukraine war die am meisten hochgerüstete Ex-Sowjet-Republik von allen. Die Ukraine wurde ja von den USA zu ihrem militärischen Vorposten gemacht. Das gehört zur Vorgeschichte des Krieges. Zitat Ende. Und Zitat, in den letzten Jahren ist die Ukraine massiv hochgerüstet worden. Es sind auch US-Soldaten dort schon stationiert gewesen. Insgesamt 4000 NATO-Soldaten. Es gab zwölf Militärbasen der CIA. Die USA werden sehr tätig in der Ukraine. Die Frau spricht wie eine Zehnjährige. Hier der Faktencheck. Diese Aussagen stimmen so allesamt nicht. Die Ukraine als, Zitat, militärischen Vorposten der USA zu bezeichnen, ist in Bezug auf die Zeit vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 absurd. Russland hat de facto 2014 einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Erst durch die Annexion und Besetzung der Halbinsel Krim und dann im Donsenbecken. Dort haben erste russische Kommandotrupps ukrainische Städte besetzt. Dann sogenannte Separatisten angeleitet und bewaffnet. Bei größeren Schlachten wurde dann auch die reguläre russische Armee eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt hat die Ukraine keine substanzielle militärische Unterstützung aus den USA bekommen. Wäre sie ein militärischer Vorposten der USA gewesen, wäre Russland ganz sicher nicht so vorgegangen. In der Ukraine waren niemals NATO-Soldaten stationiert. Jene waren ab 2015 lediglich dort, um ukrainische Soldaten auszubilden. Die Ukraine gestattete dafür den Aufenthalt von bis zu 4.000 Soldaten aus NATO-Ländern. Die USA haben erst 2018 damit begonnen, die Ukraine tödlichen Waffen zu liefern. Und das in sehr bescheidenem Umfang, gemessen am russischen Angriffspotenzial. Es handelt sich um Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin. 2018 erwarb die Ukraine solche Raketen im Wert von 47 Millionen US-Dollar. Diese Raketen musste die Ukraine, so die Auflage, in der Westukraine lagern, für den Fall eines russischen Großangriffs. Sie durfte also nicht im seit 2014 laufenden Krieg im Donsensbecken sie einsetzen. In den Folgejahren konnte die Ukraine weitere Javelin-Raketen in etwas größerem Umfang kaufen. Dazu Kampfdrohnen aus der Türkei. Erst 2021, mit dem Aufmaß russischer Soldaten an der Grenze zur Ukraine, stiegen die US-Waffenexporte signifikant. Es wurden Waffen im Wert von 350 Millionen US-Dollar geliefert. Im Vergleich zu den russischen Militärausgaben war das immer noch kaum nennenswert. Und erst 2022 bekam die Ukraine weitere wichtige Waffensysteme, darunter das tragbare Flugabwehrsystem Stinger. Es gab in der Ukraine auch niemals CIA-Basen. Was es gab, waren zwölf Spionageeinrichtungen an der ukrainischen Grenze zu Russland, die das CIA für die Ukraine gebaut hat. Der größte Feind von dieser Frau sind Fakten. Weitere Aussage. Sarah Wagenknecht sagt, Zitat, Es war nicht die Wehrlosigkeit der Ukraine, sondern es war gerade die zunehmende Integration in die Strukturen der NATO, die zu diesem Krieg geführt haben. Ja, das sagt Sarah Wagenknecht. Jetzt kommt die Wahrheit. Faktencheck. Zitat, Putin hat bisher nur Staaten angegriffen, die er für weit schwächer und leichter zu besiegen hielt. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass die scheinbare Wehrlosigkeit der Ukraine ihn provoziert hat. Allerdings war und ist es ein Ziel, die Ukraine an einer weiteren Ausrichtung nach Westen zu hindern und zu unterwerfen. Dass die Ukraine 2022 sehr weit von einer NATO-Mitgliedschaft entfernt war und auch die Integration in die Strukturen der NATO noch ganz am Anfang standen, spielt dabei für ihn keine Rolle. Es sind aber die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst, die sich in den Jahren vor der russischen Invasion zunehmend deutlich Richtung Westen orientieren. Richtig ist wohl, dass Putin eine Ukraine, die sich in seinem Diktat untergeordnet hätte, nicht angegriffen hätte. Dazu hätten aus Putins Sicht eine leichte beeinflussbare von Moskau abhängige Regierung in Kiew ebenso gehört wie eine russlandinfiltrierte Militär- und Geheimdienststruktur. Harte Worte, wenn man mal bedenkt, dass hier steht, die Wehrlosigkeit halt Wladimir Putin provoziert, weil er nur dann tätig wird, wenn er jemanden sieht, der deutlich schwächer ist als er. Wie ein Feigling. Was für ein Versager. Und diesem Versager hier das Knie zu beugen und solche Verschwörungstheorien und Falschinformationen in den Äther zu pusten, das ist Sarah Wagenknecht. Nichts anderes. Das ist Sarah Wagenknecht. Buchstäblich ein Knecht von Wladimir Putin. E-Autos aus China. EU will Zölle bei bis zu 36,3% festsetzen. Bessere Konditionen für VW und Tesla. Die Europäische Kommission hat ihre Entscheidung zu Strafzellen für aus China importierte Elektroautos bekannt gegeben. Die Sonderabgaben sollen spätestens Ende Oktober schon in Kraft treten und für fünf Jahre gelten, wie die Behörde in Brüssel meinte. Die Höhe wurde auf bis zu 36,3% festgesetzt. Das sei das Ergebnis von Untersuchungen, die zum Teil auch vor Ort in China vorgenommen worden seien. Auf deren Basis seien die Aufschläge nach den verschiedenen Herstellern differenziert berechnet worden. So wird etwa für Volkswagen und dessen Joint Venture Partner ein niedriger Zoll von 21,3% veranschlagt. Auf ein in China hergestelltes Tesla-Modell wird lediglich der niedrigste Satz von 9% fällig. Die EU-Kommission hatte bereits Anfang Juli vorläufig Strafzölle von 17,4% und 37,6% verhängt. Sie wirft China vor, Elektroautoproduktion in China so stark zu subventionieren, dass diese europäische Anbieter gefährden könne. Zur Abwendung der Zölle sei für Peking aber immer noch Verhandlungen möglich. Also diese Zölle laufen wohl schon, aber jetzt laufen sie halt in extremer Höhe auf fünf Jahre befristet. Das ist ziemlich viel und wird halt logischerweise auf den Preis eines chinesischen Fahrzeuges in Europa draufgeschlagen. Für den Fall, dass ihr das nicht wisst, China ist, was Elektromobilität angeht, eine enorme Kraft. Man könnte in der Geschichte so ein bisschen zurückgehen und darauf gucken, dass sie 2013 den Ausverkauf der Solarenergie und der Batterietechnik aus Deutschland auch extrem profitiert haben, weil Deutschland es verpasst hat, das zu fördern. Grüße gehen raus an Peter Altmaier. Und jetzt subventionieren sie aus internationalem und nationalem Interesse Batterieproduktion, Solarproduktion und Elektromobilität halt so krass, dass die Fahrzeuge gestört günstig kommen. Und ich meine gestört, weil der letzte große Release war glaube ich von, das war dieser Porsche, diese Porsche Kopie, dieses Fahrzeug, das ganz, ganz, ganz verdächtig in einem Porsche Taycan sehr ähnlich sah und das irgendwie für 30.000 Dollar rausgebracht haben. Einen verfluchten Neuwagen. Insane. Also es ist wirklich bis auf die Zahnfleischkruste runter subventioniert. Aber das ist wirklich krank. Es ist wirklich krank. Und sie exportieren diese Fahrzeuge natürlich auch nach Europa. Sie exportieren sie nach Amerika. Aber Amerika hat ja schon gesagt, not gonna happen, wir haben ja auch Zölle. Und mit den Strafzöllen, die jetzt von Europa bekannt gegeben wurden, sollte es auch einigermaßen verhältnismäßig laufen, dass zumindest die Waren, die nach Amerika verschifft werden sollen, nicht einfach komplett den europäischen Markt überfluten. Das wäre ziemlich verrückt. Das wäre auch ziemlich schlecht für die lokale Produktion und natürlich nachvollziehbar, dass diese Subventionierung und diese niedrigen Preise durch Strafzölle ein bisschen eingedämmt werden. Nichtsdestotrotz wird die Zukunft auf jeden Fall sehr wohlgesonnen für China sein, was E-Mobilität angeht. Denn was das angeht, sind die auf einem anderen Level unterwegs. Die sind einfach auf einem anderen Level unterwegs. China hat andere Probleme, aber was das angeht, es ist wirklich, es ist, es ist, das ist wirklich verrückt. Aber hier einen Artikel dazu aus dem Deutschlandfonds. Landtagswahlen in Deutschland. Die AfD will Volkspartei werden und wirbt darum um Migranten. Gleich in drei ostdeutschen Bundesländern wird im September ein neues Parlament gewählt. Der Landtag in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Größte Gewinnerin könnte die Rechtsaußenpartei AfD werden. Mittlerweile wirbt die AfD gezielt um die Stimmen von Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Soziologe erklärt, was die Erfolgschancen der Partei sind. Öskür Oswertan ist der Soziologe in diesem Zusammenhang. Die Frage ist, SRF stellt die Frage, warum bemüht sich die AfD um die Stimmen von Migrantinnen und Migranten? Vor einem Jahr hat die AfD Zustimmungswerte von 20 bis 25 Prozent erreicht. Das ist in etwa die natürliche Grenze an Stimmen, die die Partei bei erzkonservativen Wählerinnen erreichen kann. Wenn sie eine Volkspartei werden möchte, muss sie aber mehr als 30 Prozent erreichen. Und dafür braucht sie eben nochmal 5 bis 10 Prozent Stimmbandteile von Menschen mit Migrationshintergrund. Welche Migrantinnen und Migranten spricht die AfD besonders an? Es gibt einige Gruppen, die sich von sich aus schon der AfD nahestehen. Vor allem Russlanddeutsche. Die Partei bemüht sich aber auch um muslimische und vor allem türkischstämmige Gruppen. Für diese gibt es seit dem letzten Sommer ein sehr spezifisches Angebot. SRF fragt, dabei hat die AfD ja schon mit dem Slogan geworben, der Islam gehört nicht zu Deutschland, oder? Der Soziologe sagt, ja, das stimmt. Und natürlich ist es nicht so, dass die AfD versucht, alle Muslimen und Muslime für sich zu gewinnen. Es gibt aber Wählerblöcke innerhalb dieser Gruppe, die vielleicht auch von sich aus islamkritische Standpunkte vertreten, weil sie den politischen Islam im Heimat, zum Beispiel in der Türkei, erlebt haben und da eine gewisse Skepsis entwickelt haben. Diese Menschen erreicht man nicht über ihre muslimische Identität, aber sie sind eben trotzdem noch Musliminnen und Muslime. Die SRF fragt, Migranten, die eine Partei wählen, die keine Migration wollen, ist das nicht ein Widerspruch? Weiter heißt es hier, das muss kein Widerspruch sein. Aus der Migrationsforschung wissen wir, dass es einen Generationsunterschied gibt. Menschen, die vorher eingewandert sind, vertreten später zum Teil migrationsskeptische Positionen, weil sie sagen, ich musste mir das hart erarbeiten und die, die jetzt nach mir kommen, die kriegen Dinge geschenkt. Weiter ist die Frage, besteht denn nicht die Gefahr, dass die AfD ihre traditionelle Wählerschaft verprellt, wenn sie nun aktiv um die Stimmen von Leuten mit Migrationsgeschichte wirbt? Der Soziologe sagt, hier kommt jetzt Social Media ins Spiel. Die neuen Empfehlungsalgorithmen, gerade von TikTok, funktionieren eben so, dass die Botschaft nur den potenziellen migrantischen Wählern und Wählerinnen zugespielt wird. Das heißt, die traditionellen Wählerinnen und Wähler kriegen das nicht so viel mit von dieser migrantischen Ansprache. Da ist der AfD mindestens zwei Schritte weiter als die demokratischen Parteien. Weshalb gelten nicht mehr die SPD oder die Grünen als Parteien, die sich für Anliegen von Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen? Und die letzte Aussage ist, ich würde gar nicht sagen, dass sie sich nicht für die Anliegen einsetzen. Es geht darum, wie sie es kommunizieren. Sie sind zu träge geworden und nicht mit der Zeit gegangen. Es geht darum, das, was sie für verschiedene migrantische Communities leisten, auch in der digitalen Welt zu kommunizieren, damit es bei den Menschen ankommt. Hier besteht ganz viel Nachholbedarf. Total interessant, das haben wir auch schon mal besprochen, dass das Wählerpotenzial einer rechtsextremen Partei ausgeschöpft ist und sie versuchen jetzt, Menschen mit Migrationshintergrund für ihre eigenen rechtsextremen Ideologien zu überzeugen. Das ist skurril, aber eben genau das eine Taktik, um weitere Prozentpunkte auf der Wahl zur, in Anführungsstrichen, Volkspartei einzuholen. Und gerade Leute, die kleine Erdogan-Fans sind, die können da unter anderem schon von begeistert werden. Es funktioniert leider auch. Ja, ist crazy. Diese Einschätzung aus dem SRF aus der Schweiz. Die Linke. Jan van Aken und Ines Schwertner bewerben sich um Linkenvorsitz. Beide Linkenvorsitzende kündigen am Wochenende ihren Rücktritt an. Jan van Aken und Ines Schwertner wollen die Partei an ihrer Stelle wieder aufbauen. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Jan van Aken will sich für den Vorsitz der Linkspartei bewerben. Auf dem Parteitag im Oktober werde er kandidieren. Es braucht, Zitat, eine starke linke Kraft, die die Interessen der Menschen vertritt. Gegen die soziale Kälte, gegen den Rechtsruck, gegen den Krieg. Am Wochenende hatte die bisherige Vorsitzende Janine Wissler und Martin Stürde waren ihren Rückzug vom Parteilsitz angekündigt. Nach der Abspaltung des Bündnisses Sarah Wagenknecht wollen sie damit den Weg für einen personellen und inhaltlichen Neuanfang der Linkspartei freimachen. Aktuelle Umfragen zufolge würde diese den Wiedereinzug in den Bundestag derzeit klar verfehlen. Van Aken schreibt, er bringe eine echte tiefe Zuversicht mit, dass wir gewinnen können. Dies sei ein Feuer, das hoffentlich ansteckend ist. Der 63-Jährige verwies auf seine Erfahrungen als Gentechnikexperte für Greenpeace und Biowaffeninspektor für die Vereinten Internationalen. Der Greenpeace habe er Kampagnen gelernt und bei den Vereinten Nationen Diplomatie, schrieb er auf Social Media. Derzeit ist Van Aken Referent für die internationalen Krisen und Konflikte bei der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Von 2009 bis 2017 war er als Abgeordneter für die Linkspartei im Bundestag. Ihre Kandidatur kündigte auch Ines Schwertner an. Sie ist erst seit einem Jahr Mitglied der Linkspartei. In einer Mitteilung auf ihrer Webseite zeigte sie sich davon überzeugt, dass die Linkspartei wieder erfolgreich sein könne. Wie auch Van Aken bedankt sie die bisherigen Parteivorsitzenden Wisslern und Schirde waren. Nun müsse die Partei jedoch reformiert werden. Zitat, ich bin davon überzeugt, dass es dafür notwendig ist, eine neue politische Kultur in unseren Reihen zu etablieren. Ihr sei bewusst, dass sie keine klassische politische Karriere durchlaufen habe, schreibt Schwertner. Eigenen Angaben zufolge war sie einige Jahre als Sprecherin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, geht ich. Mittlerweile arbeitet sie als freiberufliche Journalistin und Publizistin. Bei der Europawahl im Juni kandidiert sie auf dem noch relativ aussichtsreichen Listenplatz 5. Ins Europaparlament zogen dann jedoch wegen der schlechten Wahlergebnisse der Partei lediglich die ersten drei Listenkandidaten ein. Sie wollen die Partei wieder so weit aufbauen, dass diese weiterhin im Bundestag vertreten bleibt, sagte Schwertner. Dafür müsse die Linke, Zitat, an konkrete Alltagssorgen anknüpfen und bürokratisch Hilfe leisten. Wenn es sich tatsächlich so darstellen sollte, dass die alten Vorsitzenden durch neue Vorsitzende abgelöst werden, die einfach nur dasselbe sagen, dann ist diese Partei dem Untergang geweiht. Und das wird sich aber erst manifestieren, wenn die neuen Ausrichtungen der neuen Vorsitzenden im Oktober feststehen. Bis dahin ist das ein Schiff ohne Kapitän, das auf den Eisberg zufährt und eben unmissverständlich in den Landtagswahlen rammen wird und untergeht. Unmissverständlich muss man das sagen. Diese Partei lässt sich nur mit einem Wort zusammenfassen oder lässt sich auch mit einem Wort zusammenfassen. Schade. So das aus der Zeit. Ein Bundesgerichtshof urteilt zu einer KZ-Sekretärin. Imgard F. war Sekretärin im KZ Stutthof und wurde wegen Beihilfe zum tausendfachen Mord verurteilt. Der Bundesgerichtshof wirft nun die Revision der 99-Jährigen auch, kleine Rädchen tragen Verantwortung. Es dürfte einer der letzten Prozesse gegen Bedienstete in dem Konzentrationslagern der Nationalsozialisten gewesen sein. Nun ist das Urteil rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hat eine zweijährige Bewährungsstrafe gegen die 99 Jahre alte Irmgard F. bestätigt. Als Sekretärin im KZ Stutthof hatte sich der Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen schuldig gemacht. Der Bundesgerichtshof verwarf ihre Revision und bestätigte damit ein Urteil des Landgerichts Itzehoe vom Dezember 2022. Irmgard F. arbeitete zwischen 1943 und 1945 fast zwei Jahre lang im Büro des Lagerkommandanten Paul-Werner-Hoppe. Im Prozess wurde klar, dass sie dadurch umfassend darüber informiert gewesen sein muss, was im Lager vor sich ging. Denn sie war die einzige Stenotypiste. Über ihren Tisch müssen also Befehle an den Wachmannschaft, Bestellung von Giftgas oder Verlegung von Gefangenen ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gegangen sein. Im Juni 1944 bestätigte Hoppe etwa schriftlich den Erhalt von Gasschutzgerät, womit der systematische Einsatz der Gaskammer in Stutthof eingeleitet wurde. Zwar ist nicht im Einzelfall nachgewiesen, welche Briefe Irmgard F. getippt hat. Trotzdem herrscht aus Sicht des Bundesgerichtshofs kein Zweifel daran, dass sie Beihilfe zum Massenmord geleistet hat. Durch ihre konkrete Arbeit und Funktion, aber auch in physischer Hinsicht. Sie habe das Morden auch durch ihre Einordnung in den Lagerbetrieb als, Zitat, zuverlässig und gehorsame Untergebene unterstützt. Ihre Tätigkeit als einzige Stenotypistin war für den durchweg bürokratisch organisierten Lagerbetrieb von zentraler Bedeutung befand. Der 5. Strafsenat unter Vorsitz von Gabriele Sirener. Damit hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass sich jedes kleine Rädchen in der Tötungsmaschinerie bei Beihilfe zum Massenmord schuldig gemacht hat. Es sei eine Zivilangestellte oder eine SS-Angehöriger. 2016 hatte der Bundesgerichtshof die Verurteilung von Oskar Gröning bestätigt, der unter anderem an der Rampe in Auschwitz Wachdienst geleistet hatte. Dass Irmgard F. am Schreibtisch saß, von dem aus das Töten organisiert wurde, macht, juristisch gesehen, keinen Unterschied. Von ihrem Fenster konnte sie den Weg sehen, auf dem die Gefangenen zur Gaskammer getrieben wurden. Zeugen beschreiben außerdem, dass niemand dem unerträglichen Geruch des Todes entgehen konnte, der aus dem Schornstein des Krematoriums quoll. Das KZ Stuttdorf bei Danzig war anfangs kein reines Vernichtungslager, sondern ein Haft- und Zwangsarbeiterlager. Allerdings ging die Lagerleitung im Herbst 1944 an allmählich zur Massentötung im großen Stil über. Unter Einsatz des Giftes Zyklon B wurden von Oktober bis Dezember 1944 mindestens 1000 Menschen getötet. Vorwiegend nicht arbeitsfähige Gefangene. Die Frage, ob jemand Beihilfe zum Most geleistet hat, macht sich dem Bundesgerichtshof zufolge ohnehin nicht an der Unterscheidung zwischen Vernichtung und Arbeitslagern fest. Ob die Menschen durch lebensfeindliche Bedingungen, durch Todesmärsche oder durch Zyklon B umgebracht wurden, all dies kann auch den Helfern zugerechnet werden, die den Lagern Dienst taten. Insgesamt starben im KZ Stuttdorf und seinen 39 Außenlagern nach Angaben des Dokumentationszentrums Arlo-Seen-Archivs zwischen 1939 und 1945 fast 65.000 Gefangene. Die Verfahren gegen KZ-Bedienstete waren erst mit dem Prozess gegen John Demandjuk wieder in Gang gekommen, den das Landgericht München 2011 als Wachmann im Vernichtungslager Sobibor verurteilt hatte. Davor hatten die Staatsanwaltschaften solche Verfahren jahrzehntelang eingestellt, weil das Bundesgerichtshof im Jahr 1969 entschieden hatte, nur bei einer konkreten Förderung möglichst klar umrissener Morddaten sei von Beihilfe auszugehen. Ein Nachweis, der kaum zu erbringen war. Ob mit dem Urteil gegen Imgard F. wirklich das letzte Verfahren dieser Art zu Ende gegangen ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Allerdings deutet derzeit wenig auf einen neuen Prozess hin. Nach Auskunft der zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg sind noch drei Verfahren offen, die allerdings sehr theoretisch zu Urteilen führen können. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen eine ehemalige Angehörige des KZ Rabenbrück, sie soll Wachdienst geleistet haben. Eine Anklage ist bisher nicht in Sicht. In zwei weiteren Fällen habe die Staatsanwaltschaft in Gießen sowie in Berlin Anklagen erhoben. Im ersten Fall gegen einen Bediensteten des KZ Sachsenhausen, im zweiten Fall gegen einen Wachmann des Kriegsgefangenenlagers Stalag. Beide Angeklagte würden aber für Verhandlungsunfähigkeit erklärt. Ob es dabei bleibt, wird im Beschwerdeverfahren geklärt. In allen drei Fällen sind die Betroffenen zwischen 99 und 101 Jahre alt. Unabhängig davon, wie alt die sind, unabhängig davon, ob die Frage besteht, ob man das jetzt noch machen muss, die Antwort darauf ist, ja, muss man. Die Verbrechen der Nazis dürfen weder in Vergessenheit geraten, noch unabhängig vom Alter unbestraft bleiben. Das ist richtig und wichtig. In diesem Zusammenhang erübrigt sich also die Frage, ob man das jetzt noch machen muss. Es ist wichtig, dass man das jetzt tut, um die Schuldfrage zu klären. Eindeutig. Auch wenn es ordentlich spät ist. Niemals, auch in Zukunft nicht, darf das, was da damals passiert ist, in Vergessenheit geraten. Und ironischerweise ist das eine der wenigen Sachen im Zusammenhang mit einem internationalen Vergleich, worauf man als Deutscher mit deutschen Wurzeln tatsächlich stolz sein kann. Nämlich darauf, dass Deutschland eins der wenigen Länder ist, das sich seiner Verantwortung und Geschichte so sehr bewusst ist, dass man ein bisschen ein schlechtes Gefühl bekommt, wenn man von nationalistischer Ideologie spricht. Wenn man von Patriotismus spricht und wenn man von nationalen Ideen spricht. Und darauf kann man tatsächlich stolz sein. Weil in Menge Länder haben mit einer Menge Verbrechen solche Sachen nicht. Deutschland hat das allerdings. Und ich hoffe, Deutschland bewahrt sich das auch. Weil Deutschland muss sich das auch bewahren. Denn darauf kann man tatsächlich stolz sein. Das war ein Artikel aus der Süddeutschen. That's it. Das muss ich auch reichen machen. Bis zum nächsten Mal.